Stell dir vor, es ist ein sonniger Sommertag. Du stehst am Rand deines Pools und freust dich auf eine erfrischende Abkühlung. Doch dann siehst du es. Dein Pool, dein geliebter Ort der Entspannung, ist mit Blättern, Schmutz und Algen bedeckt. Kein kristallklares Wasser, sondern eine grüne, trübe Brühe. Keine Spur von Erholung, nur pure Frustration. Hast du keine Lust mehr auf endlose Stunden, mühsamer Poolreinigung? Auf den Frust und die Zeitverschwendung, die damit einhergehen, verstehe ich vollkommen. Es ist Zeit für eine Lösung, die dein Leben verändert und dir den Sommer zurückgibt. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Akku Poolrobotern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Poolroboter bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Hyper Seagull SE Poolroboter. Mit diesem innovativen Poolroboter kannst du Pools mit einer Fläche von bis zu 80 Quadratmetern mühelos reinigen. Dank des leistungsstarken 4000 mAh Akkus bietet er eine maximale Arbeitszeit von 90 Minuten. Das Beste daran, der verbesserte Akku ist in nur zweieinhalb Stunden wieder vollständig aufgeladen. Der Hyper Poolroboter beeindruckt nicht nur mit seiner kabellosen Freiheit, sondern auch mit seiner kraftvollen Saugfunktion. Seine leistungsstarken Motoren mit Doppelantrieb entfernen mühelos Schmutz und Ablagerung vom Poolboden. Die beiden Bürsten am Bodensauger sorgen für eine gründliche Reinigung und sparen dir Energie, da du auf Pumpen und Schläuche verzichten kannst. Die Bedienung und Reinigung des Hyper Poolroboters könnten nicht einfacher sein. Mit einem Gewicht von nur 3,7 kg ist er leicht zu handhaben. Einfach einschalten, ins Wasser setzen und loslassen. Der Roboter erledigt seine Aufgaben automatisch und ohne Aufsicht. Die Filterablage lässt sich problemlos reinigen, indem du die Abdeckung abnimmst und den Filter mit einem Schlauch ausspülst. Der Hyper Poolroboter ist mit allen Poolverkleidungen kompatibel. Sei es PVC, Fliesen, Vinyl oder Beton. Dank der intelligenten Technologie des automatischen Parkens stoppt der Hyper Poolroboter in der Nähe der Poolwand, wenn der Akku leer ist oder ein Reinigungszyklus abgeschlossen ist. Mit dem mitgelieferten Haken kannst du ihn ganz einfach aus dem Wasser heben, ohne nass zu werden. Der Hyper Seagull SE Poolroboter ist schnell, effizient und wurde entwickelt, um deinen Pool mühelos zu reinigen. 4 dreifarbige LEDs zeigen dir den Status des Geräts an und Hyper bietet dir 2 Jahre Garantie und einen problemlosen After-Sales-Service. Lass dem Poolroboter die Drecksarbeit erledigen, während du deine Zeit mit Familie und Freunden genießt. Lehne dich zurück und erlebe entspannte Wochenenden dank des Hyper Seagull. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Poolroboter auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Y-Bot Osprey 302 Poolroboter. Schluss mit verhedderten Kabeln und mühsamer Reinigung. Dieser kabellose Poolroboter ist mit seinem High-End-Design nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch eine wahre Erleichterung für dich. Der 6600 mAh Akku sorgt für eine maximale Arbeitszeit von 130 Minuten. Genug Zeit, um deinen Pool in einem neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Der Osprey überzeugt mit seinem ausgezeichneten Reinigungseffekt. Dank seiner leistungsstarken Saugmotoren werden Schmutz und Schutt mühelos vom Boden deines Pools aufgesaugt. Der Feinfilter entfernt spielend leicht Blätter, Steine und andere feine Verschmutzungen. Und mit der integrierten Bürste wird dein Pool gründlich geschrubbt für das beste Reinigungsergebnis. Dank seiner intelligenten Navigationstechnologie deckt der elektrische Poolreiniger deinen Pool optimal ab, indem er automatisch die Richtung ändert. Und keine Sorge, wenn die Batterien erschöpft sind, der Roboter hält in der Nähe der Poolwand an. Egal welchen Pooltyp du hast, der Y-Bot ist für Aufstellpools und Bodenpools mit flachem Boden geeignet. Und er passt sich allen Auskleidungen und Formen an, ob PVC, Fließen oder Vinyl. Dieser Poolroboter ist vielseitig einsetzbar. Die Bedienung und Reinigung sind ein Kinderspiel. Mit einem simplen Knopfdruck startest du den Roboter, setzt ihn ins Wasser und er erledigt den Rest. Nach der Nutzung ziehst du ihn einfach mit dem Seil ans Ufer. Entfernst die Abdeckung und spülst den Filter mit dem Gartenschlauch ab. Schnell abwischen, aufladen und schon ist er wieder einsatzbereit. Teste den Y-Bot Osprey 302 Poolroboter und erlebe den Poolgenuss. Ohne lästigen Reinigungsstress. Mach dein Leben einfacher und genieße mehr Zeit im klaren, sauberen Wasser. Alle weiteren Infos zu diesem Poolroboter kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Hyper Seagull Pro Poolroboter vorstellen. Du liebst es in deinem Pool zu entspannen, aber das Reinigen ist oft mühsam und zeitaufwendig? Keine Sorge, wir haben die Lösung für dich. Der Hyper Seagull Pro. Dieser smarte Poolsaugroboter wird dir das Leben erleichtern und sorgt dafür, dass dein Pool immer makellos sauber ist. Mit seinem innovativen Quad-Motorsystem und der WavePath Navigationstechnologie reinigt der Hyper Poolroboter deinen gesamten Pool, einschließlich der Böden, Wände und Wasserlinie. Dank des Allradantriebssystems erklimmt er mühelos die Poolwände und schrubbt effektiv die Wasserlinie. Du kannst zwischen drei Reinigungsmodi wählen, um die Reinigung nach deinen Bedürfnissen zu steuern. Der Hyper arbeitet mit maximaler Effizienz und minimalen Kosten. Mit bis zu 200 Watt filtert er beeindruckende 130 Gallon Wasser pro Minute und sammelt dabei jeglichen Schmutz, von Blättern über Schmutz bis hin zu Kieselsteinen und Stöcken. Seine WavePath Navigation ermöglicht einen gezielten und effizienten Reinigungsvorgang, so dass dein Pool in kürzester Zeit strahlend sauber ist. Auch das Batteriesystem des iPers überzeugt mit 60% längerer Akkulaufzeit und 50% kürzerer Ladezeit ist er immer einsatzbereit. Der eingebaute 9000 mAh Akku ermöglicht bis zu 180 Minuten Reinigungszeit, während die Ladezeit auf nur 90 Minuten halbiert wurde. Egal welche Form oder Größe dein Pool hat, der Hyper ist die ideale Wahl. Ob unterirdischer oder oberirdischer Pool mit einer Fläche von bis zu 300 Quadratmetern, dieser Poolroboter erledigt die Arbeit für dich. Damit du mehr Zeit hast, das Poolvergnügen zu genießen, gönn dir den Hyper Seagull Pro Poolroboter für einen sauberen und sorgenfreien Poolgenuss. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Poolroboter.